Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Hypixel Minigames. Wir machen natürlich weiter mit Arcade Modus und letztes Mal haben wir versucht noch den Minivolts zu bekommen aber da sind irgendwie gar keine Spieler im Moment deswegen geht das leider nicht Ich guck noch gerade in dieses Endersplief rein was hier ist Destroy Blocks to knock other Endermen into the void Ach so, okay. Okay, du musst hier einfach alles zerstören glaube ich, um die Endermen runterzuschmeißen Okay Hier braucht man vier mehr, also vier Spieler Okay, also mindestens fünf Okay Dann gehen wir mal in Dragon Wars Was ist in Dragon Wars? Ich kann nicht alle leider zeigen, weil es gibt nicht genug Spieler Please report bla 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 Okay, okay, keine weiteren Infos oder hier You can type lobby, okay Aber hier wird jetzt nicht richtig Oh doch Element other players in order to be able to call you Dragon Entend rain terror up on them What? Okay Du musst also Spieler besiegen, um dann deinen Drachen zu rufen Und mit dem Drachen kannst du dann einfach alle weg Radieren Okay, auch lustig Hätte ich gern gesehen, wie man das macht mit dem Drachen Aber egal Können wir jetzt nicht sehen Yo Da Ach, da ist ein Müller Skeletor Okay Gut, hier haben wir leider nichts Also Von denen können wir leider viele nicht spielen Nur Galaxy Wars und Blocking Dead Und Galaxy Wars auch mit Glück Nur weil da ist auch nur ein Spiel Und hier sind einfach gar keine Schade Okay Ähm Hier sind sehr viele Spiele in den vorderen anscheinend Dann gehen wir erstmal in die hinteren hier zum Beispiel Zum Beispiel Bounty Hunters Da ist gerade keiner drin Einfach mal gucken gehen, was da los ist 5 more players Was ist das? Das ist okay Was muss man hier machen? Na, toll Hier steht nur Das ist einfach, denke ich mal, ein PvP-Ding Weißte Einer kriegt ein Bounty auf den Kopf gesetzt Und Äh Viel Spiele müssen sie dann jagen Denke ich mal Oder der muss sich auch verstecken Denke ich mal Ja Die Area Kann man hier auch Sachen abbauen Weiß ich jetzt nicht Aber ich denke mal Man kann sich hier drin verstecken Der kriegt dann wahrscheinlich irgendwelche Fähigkeiten oder so Ja Ja, okay Ja Hätte ich mal ausprobiert Aber Wenn es keine Spiele gibt Kann man noch nichts spielen So, ähm Hole in the wall Sollen wir den Modus dann testen Oder hier Creeper attack Einfach nur, weil da jetzt gar keiner drin ist Geben wir einfach mal gucken Und Goal Defend the trader from creepers Upgrade your armor and weapons and buy power ups and the trader to last longer Ah, okay cool Das ist so ein, äh Ja, verteidigungsgame Ja, von allen Seiten kommen Creeper hier hin Und hier steht der trader und müssen die verteidigen Oh cool, das finde ich wohl auch cool Aber hier ist keiner drin Können wir leider nichts machen Aber cool So, ich denke mal Wir gehen mal in dieses Hole in the wall Weil da jetzt nur ein paar Spiele drin sind Okay, finde ich cool Oh, hier ist gar keiner mehr drin Schade Aber das finde ich ja wohl auch mega cool Das finde ich ja wohl absolut geil Schade, dass hier keiner drin ist gerade Das würde ich gerne machen Aber hier ist keiner drin leider Schade Sehr geiler Modus Finde ich sehr, sehr geil Schade eigentlich Finde ich cool Ähm Was hätten wir denn noch? Wo wenig sind Also hier die vorderen Die werde ich dann später zeigen Also hier Pixelpainters wäre noch einer Das ist übrigens Marco Hier der Pixelpainterskin Von Hypixel Skyblock aus der Lobby Also aus dem Hub Texteberg brauche ich Do a painting based Do a painting based on the theme The tools will help you make it awesome At the end get the most votes at the tournament gallery To win Ah, das ist so wie es wie Build Battle Nur als Paint Battle Okay Bau noch ein Spieler Zwei Spieler, scheiße Okay Irgendwas mit Malen ist das auf jeden Fall Wie kommt der da hin? Hä? Achso Der ist hier rüber Keine Ahnung Ich glaube der ist über die Seite hier rauf gekommen Ein Spieler kommen Oh nein Nicht dieser Nein Nein Nicht dieser Skin Alter Nein Oh nein Ach ich weiß genau was das ist Das ist ein schöner Skin Just breathing Schön Schade Keine Mimum Anzahl Nein Schade Ich würde das gerne machen Sollen wir mal in den Football rein gehen Schade dass wir es nicht machen konnten Touch the ball to dribble And control it Ist das der hier? Ja Yo Yo Boom Yo Nein Yay 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 Oh so ist die rocket league nur als ich habe nur die rocket league gespielt aber okay beim gucken vielleicht vielleicht kriegen wir das zu starten okay steve tv rocket league oh ja okay nice wir sind auf jeden fall sechs in einer minute geht's los ach wir sind rot wir sind blau warum gibt es einen roten ich will team red sein speed boost hier eigentlich tor 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 jo wat denn你 macht in feuer stoß Schade. Nein, warum lief der denn, du behindertes Kind? Ach komm. Ach je, jetzt gehen sie alle raus. Mann, was für ein blödes Kackkind, Alter. Wir brauchen doch nichts bleiben, Alter. Ey, was für ein Scheiß. Toll. Football, 9 Players. Warum sind da 9 Spieler, wenn da, kriege ich jetzt eine gute Lobby? 5 von 10, ne, immer noch. Da ist dieser Wichser. Du bist ein Wichser. Warum geht der denn raus bei 45 Sekunden? Mann, du bist so ein Spacken, Alter. Alter. Blöde Troller, Mann. Sorry, viel Wortwahl, aber ey. Alter, was für ein Nervensägen, sowas. So, wir sind 5 und 10. Es startet aber in einer Minute. Mir steht nicht, dass wir noch einen Spieler benötigen. Steht nicht da. Hopps. Jo. Ich glaube, ich weiß nicht. Ach, wenn man mit der Hand... Ne, hä? Keine Ahnung. Kommt, 20 Sekunden. Null. Okay, wir starten. Ich bleibe auch auf jeden Fall in dieser Perspektive, weil... Alter, einer müsste im Tor bleiben, ne? Also... Wow, ihr Idioten, Alter. Was seid ihr für Spacken, ne? Dann bleibe ich halt im Tor. Hä? Was ist das denn für ein Scheiß? Der Modus ist behindert. Wie noch was? Hä? Was ist das für ein blöder Modus, Alter? Die gehen gar nicht mehr ins Tor, weil die zu dritt sind. Wow. Aber Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Äh, warum treffe ich den nicht? Alter. Ich will auf jeden Fall in dieser Perspektive bleiben, weil das auch dieses... Rocket Ball... Also Rocket League ist ja auch so in diesem... Modus. Boah, Alter. Oh, ist das knapp gewesen. Alter. Das wäre ein geiler... Das wäre ein geiler... Das wäre ein geiles Tor gewesen. Ich glaube, man muss die normale Taste gedrückt halten, irgendwie. Jetzt macht er wieder diesen Modus. Schade, ich dachte schon... Oh, vielleicht geht ein Tor. Komm, geht's doch. Oh, nein. Aber Alter, schon 3 gegen 2? Ja, ist schon super toll. Obwohl wir einen Punkt haben. Aber nur der Schlag, glaube ich. Was macht er wieder diesen... Ja, 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 ja. Gott, kauf dir ein Leben. Das behindert sowas. Schade. Ja, 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 ja. Ja, das ist doch behindert, Alter. Keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe. Aber irgendwie habe ich es gemacht. Kann man die Spiele auch töten. So wie im Rocket League. Ja, guck, der macht immer diesen Scheiß. Der macht immer diesen Scheiß. Der springt gegen die Wand und... Kriegt den dadurch, dann... Macht der dann so einen Abprall gegen sich, gegen die Wand, gegen sich, gegen die Wand, gegen sich, gegen die Wand. Ja, alles klar. Was für ein... Was ist ein blödes Spastengind, ey. Ne, der Modus ist kacke. Das Problem ist, ich kann dem... Wenn ich dem helfen gehe, haben die freies Schussband auf das Tor. Ich habe jetzt... Wie viele Bälle habe ich jetzt schon aufgehalten? Ja, guck da. Ja, alles klar. Genau. Ey, ciao. Alter, ich gehe raus. Ciao. Ich bin raus. Ne, sorry. Mit sowas spiele ich nicht mit. Den brauche ich nicht, den Modus. So. Was haben wir noch? Kriegen wir... Ah, vielleicht kriegen wir hier ein Hole in the Wall. Es sind gerade sieben Leute hier drin. Es sind... Das ist doch ein Anzeige-Bug. Ja, es ist doch ein Anzeige-Bug. Was für ein Scheiß. Ne, tschüss. Zu zweit bringt mir das nichts. Zu dritt auch nicht. Müssen sieben sein, ne. Warum auch immer. Guck, hier steht acht Players. Warum kann man denn da nicht joinen? Na, es ist ja, es bringt nichts. Also, das eine Ding da... Pff, war ich nie wieder, ey. So. Naja, ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Und ja, wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wo wir dann... Ja, ich denke mal Farmhunt machen werden. Bis dahin auf jeden Fall. Ciao.